Untertitel Stolzenfels kann aber tatsächlich jeder zum Künstler werden. Motto des Kunstprojekts Ars Res Publica. Hier schaffen Anwohner und Gäste gemeinsam ein großes Gesamtkunstwerk. Im Welterbe oberes Mittelrheintal darf jeder mitmachen, malen oder schreiben auf ein 40x40 cm großes Tuch. Ich möchte wissen, was bewegt die Menschen? Das ist der Sinn dieses soziokulturellen Projektes. Was bewegt sie, warum fahren sie durch das Tal, was haben sie für Ziele? Auf die Fähnchen, die an Schüren wie an einer riesigen Wäscheleine hängen, darf also alles drauf, was so bewegt. Zwei Monate dauert das etwas andere Kunstprojekt in Koblenz insgesamt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020